ich muss nur zahlen müssen wir so ein schmerz mit reinballern so where are we going I don't know but I'm over we just head in town and try to find I'm a lot of money or or well I kind of took that guy's walkie-talkie maybe we can raise somebody on that Jesus and why did you do that I don't know I figured if he had a radio there must be somebody on the other end so you robbed a dead guy and you expect his friends to help us out but who says they're his friends I mean maybe they didn't even really like the guy dad dad are you there hello can you hear me listen we're stuck up here on Mount Tanner my friend needs medical attention can you help us can you make it down to Spencer's Mills some of us are holed up at the church if your friend doesn't look too dicey we'll let the church in spencers mill we're on our way we'll uh try not to look too dicey oh oh scheiße das ist fantastisch wie schön aua der beste kalle wir müssen richtig da hast du schönes auto und spring das mal raus geil aua das kennst du mal klippen und dann haben wir schon mal den ersten clip für den neuen clipjournal aber wenn ich schön sauber da rausfahre und am ende halt doch raus springe das ist gerade dabei der 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 die der 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 die die Jesus, dude, they're not slowing down. Ja, spring doch mal runter, das ist in Ordnung. I don't know, maybe it's like we can climb up over here maybe? Oh, nice. Okay, die springe runter. Allerdings hat man typisch langsamegeweimer. So, dass ich mich da mal kurz beruhigen dürfen. Ich kauere nicht? Oh, come on. Oh, come on. Na으로. Lenkung ist leicht schwierig, würde ich sagen. Aber mal zur kurzen Erklärung, warum ich eben rausgesprungen bin. Ich dachte, mit E können die vielleicht hupen. Aber E hat sich auszuhängen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Art verletzte Supervirus. Vielleicht ist es Radiation aus dem Raum. Oder schwarze Magik. Oder die Waffe des allmählichen Gott. Der Gäste ist so gut als meine. Also, warte mal. Was ist die Regierungsbewegung zu all das? Haben sie den National Guard oder was? Oh ja. Die Regierungsbewegung? Du verstehst das nicht. Es ist total Chaos. Wir haben uns nur auf dem Raum geholfen. 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 Also, wie bist du auf der Frequenz? Einfach Glück, ich glaube. Es war ziemlich chaotisch auf dem Berg. Du wirst sie nicht sagen? Ich weiß noch nicht. Mann, das ist sie. Sie wollen, dass sie ihr Vater verletzt? Sie wollen, dass wir sie ihr Vater verletzt und seine Radio verletzt haben? Ja, okay. Vielleicht können wir die Sache raus. Ich glaube aber cool. Cooler Fahrziel. Das für Gas und Bremse reagiert halt so richtig gut. Aber, äh, Lenkung ist halt Freude von auch. Okay. Sehr gut. Schau jetzt auch, wie ich eingepackt habe. Geil. Genau. Höm auf Lily. Genau. got the common sense god gave a tree stump you're worse than your brother heiliger bümbar merung schafft so habt verstanden so kirche heilig und so aha du hast ein neues zu hause öffnen mit tappt ein tagebuch und sie auf der seite güter deine vorräte und besitze machen das güter vorräte 25 essen 9 medizin munitionsbehälter materialien baumaterial 22 von 50 und benzin kanister 12 von 50 aber was verbraucht werden aber echtzeit täglich in echtzeit das ist das zu hause mit quartier des pastors kirchenküche von graben acht um parkplatz also kann man das alles nachher noch ich vermute mal ein bisschen ausbauen als wer als weg ich selber kenne die hälfte für also ein anfang von dem spiel wirklich viel gemacht so was hier kam ich glaube ich immer habe ich immer aufgehört war halt nie was wirklich richtig ist ja lilly eigentlich kannst du auch kochen was es nicht so was ich bin so lauf ja mal alleine ich glaube ich bin sehr gerne ich habe viel gemacht weil ich bin sehr large so lebe ich bin glaube ich bin sehr gut dass ich mich so die woher das ist ich bin sehr ich bin 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 Das haben mir ein Vater und den Bruder Bomben gebracht. Cool. Ich bin mehr interessiert über diesen Fieber. Es könnte ein Zeichen der Infektion sein. Wir brauchen Dr. Hansen hier. Ich werde sehen, ob ich ihn auf der Radio bekomme. Hey, danke. Ich bin in der Hospitalität. Geil. Was ist denn das? Hey, was ist denn du? Ah, dann nicht. Ich wollte das nicht sagen in front of deine Freundin sagen, aber Fieber ist ein schlechtes Zeichen. Especially nach einer Beine. Pastor Will wird versuchen, Dr. Hansen zu kommen und sehen ihn. Aber wenn er keine Antibiotik bekommt, er wahrscheinlich nicht zu machen. Wenn es so geht, ich versuche, Alan wird ihn auswählen. Das ist für die Besten. Jesus, Lilly! Er ist nicht ein Rappet-Dog. Du verstehst nicht? Wir haben mehr von uns nicht gemacht, als wir das gemacht haben. Wir können nicht so schwer sein. Wir brauchen hier eine Medizin. Wir brauchen hier eine Medizin. Du kannst nicht so sein. Du verstehst? Niemand kann so sein. Das war's. So ist das, was es? So war es gut? Schön, dass du dich kennenzulernen hast? Würdest du dich als verletzen? Oder gerend auf deine Bete? Nein, es ist... Okay, wir sind hier nicht ganz sicher, wie es ist. Medizin war ein paar allergenehälte Sachen zu erneuern. Wir haben keine Angst vor deinem Freund. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist nur so wie es ist. Was ist, wenn ich etwas mehr finde? Kann das helfen, um unsere Renten zu bezahlen? Ja, okay, sicher. Wenn du einen Ort finden kannst, um mehr Medizin zu bekommen, ich werde sicher, dass dein Freund ein Ort zu bleiben. Sein Name ist Ed. Ich weiß. Wenn du nachher gehst, bevor du rauskriegst, check die Locker. Niemand hat mir Angst, dass du das gemacht hast, und du brauchst extra Sachen. Nur nicht nötig, was du nicht verdient hast. Da hörst du eigentlich, was du dazu? So. Ich bin hier. Ich bin verstanden. Es ist eine Zelltower hinter der Schweine und der Bovine. Von oben da solltest du einen guten Blick auf die Stadt bekommen. Vielleicht kannst du ein Ort finden, um eine Medizin zu finden. Ich habe dir eine. Hörst du, okay? Ich bin nicht sicher, wie lange ich reine Alanin in. Okay, das machen wir hier, guck mal. Das ist so ein Schmarrotzerbein, ne? Kleine. Kleine. So. Ich habe halt drei Plätze frei, ich muss gucken wegen der Machete, die ist halt bei kaputt. Ähm, das ist jetzt einfach mal alles da. Warte mal, äh, Schmerzmittel verwende ich noch einmal. Ellen ist traurig. Sag mal, du bist Ellen, ne? Hast du Williams? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde mich für einen Schmarrotzer beitragen. Es wäre besser Glück, zu finden Ammo für ihn, zumindest. Was ist unser Schmarrotzerbein? Dann gehe ich einfach mal los. Guck mal nach einem bisschen Vorreden und so. Ähm, hier ist der Wachtraum, ne? Warte, da gehen wir jetzt hin. 43 Meter. Da sind zwei Autos hier, shit. Hey! Was ist mein Auto? Die kleinen Freunden, ist so. So räumt man die Bestattung auf. So räumt man die Bestattung auf. Wie geht's schon? Oh. Oh. Oh, mein Auto geht kaputt, ich gerade. Wir haben uns hier. Ich kann aber nicht aufkläden, ne? Okay, ich werde mich aufkläden. Oh man. So. Ich weiß, mit dem Auto hier war vielleicht nur halb so schlau, aber... War schon. Es gibt Schlimmeres. So, dann wollen wir mal schauen. Automechanik. Oh, Automechaniker, ganz wichtig. Fahrzeug. Fahrzeug. Verlassener Ort. Fahrzeug. Hey, was ist das? Das könnte Medikamente geben. Ja, Dr. Gilroy's Klinik. Was ist das? Well, Antibiotika für Tiere sind nicht anders als Antibiotika für Menschen. Und es sieht so aus, dass niemand in den. Das ist eine gute Idee. Okay. Sieht so aus, es ist wert, zu schauen. Ich nehme etwas ab. Sieht so aus, dass Sie Leute wissen, was Sie machen. Sie sagen, Sie sind uns mit den Forces. Du möchtest gehen, zu schauen. Ich sende Alan und Sam, um Sie in der Klinik zu treffen. Alan? Danke. Danke. Es war das. Oder lass ihn hier bleiben, und weiterhelfen, über dich und Ed rauskippen. Punkt. Es gibt echt viele Fragen, oder? Was? Was? Da kommen wir eine potenzielle Heimatbautos. Da kommen wir eine potenzielle Heimatbautos. Hier was übersehen, genau. Da. Ich denke, ich habe genug für jetzt gesehen. Perfekt. Also fertig. So, Infektionszeit beseitigen. Freunde sind Überlebende. Tierklinik. Infektionszeit mit Kreischer sogar. Da auch. Jetzt die Basis. Ich bin. Hier. Dann gehe ich jetzt mal dahin. Auto. Weiß nicht, ob ich das noch mitnehmen soll. Nee. Hier, komm mal. Was soll's. Ja. Die Meldung. Ich bin hier. Die Meldung. War nur ein sehr geil, oder? Ich bin hier. Die Meldung. Was soll's. Lange hält die Karre nicht mehr aus. Ich glaube nicht, dass wir es viel länger machen können. Was sagen wir uns, um mit dir zu bleiben? Wir sind hier alle schweren Arbeit. Wir werden mit allem, was du brauchst. Was sagen wir? Wir werden uns aufbauen und gehen zur Basis. Ich kann einen Escort benutzen. Natürlich. Okay, laden. Okay, das sieht gut aus. Wir haben Angst, wir kriegen Besuch. Könnte die Polizei sein. Ihr seid nicht erwünscht. Keep your eye on the right. We got zombies in common. Okay, I'll follow your lead. Let's roll. Jungs, hier ist die Tür. Gehen wir mal die Tür. Komm. Aua. Das ist jetzt was? Das Messer waren das. So Jungs, einsteigen. Wir gehen. went team aus. You got it from here. Thanks. You got it from here. immer freie herrungenschaft jawohl plus einfluss und plus ruhm sehr schön ja die baule kann man auch fahren die paar beulen und schrauben wir so ich Ich werde das nächste Mal schauen. Better hurry up. Ich weiß nicht. da leben sie noch aufwege krass guck guck dann gehen wir mal aufräumen welches denn das hier? ach ja gut wir können auch laufen ne komm mein Auto ist eh nicht mehr das schönste ich weiß gar nicht warum wir zu weit laufen wollen das ist noch nicht mal bei dir in der Nähe was aber der war ganz cool im Beine auch noch auch so schick wenn du nicht so unsicher wär hier komm ich da hin ich kenne mich zu freuen lieber dass er auf mich wartet und ich glaube auch Nats ist hier gar nicht so schön komm wir hoch ich komme mit dem hier rein für schon so lange wo ich lang gehen würde da ist eine Horde soll uns vielleicht nicht sehen hier hier oh fuck du kommst weg da, der läuft nur heute lang ja na geil ich hab euch das gesagt ich hab nichts an heilware dabei, geil da kommt freude auf ich hab's jetzt alles wegkrotzen, was hier gerade ist dann wird er weniger probleme haben wir kämpfen für viel so und da vorne ist das, wo wir hinwollen da ich bin bereit ich bin bereit das sollte das ich hab Leute sind sie ich geh'n einfach okay ich war alleine ich geh'n einfach dann trennt sie auch nachts von anderen Leuten macht man so warte mal ich muss Richtung ja das ist schon richtig, wenn ich da nach Hause geh' ja weil ich passe gerade wegen Medikament und so ha ich hab dich warte ja wir und haben wir gehen da du dein hat du 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 dein dein du ich darf es ruhig einrichten ja gut kann man sich überlegen muss nur wissen wie